hey was geht ab ich habe eigentlich mal wieder mal was gespielt und wir sind ja schon fast am Ende okay die kennen wir ja schon glaube ich ne was sagt die denn was sagt die denn hallo okay jetzt weiß ich wieder jetzt weiß ich wieder die sagt ich habe keine chance gegen ihn oder genau gesagt niemand hat eine chance zum einübung von mir aus los geht's und der erste kampf heute okay hau ich raus da geht nichts leuchtet das war jetzt richtig knapp scheiße er hat sich bereits was okay ich gehe lieber mal zur seite ich treffe ihn gar nicht ne was der ist einfach rausgehauen wieder okay eigentlich habe ich es auch mal geschafft einen herauszufallen lassen dreimal hat es nicht geklappt diesmal schon alle okay oh greifenfehler okay läuft ab ja aber der erste kampf hat sich nicht so gut nicht so gut gepasst aber aber ich habe ja seit vier fünf tagen nichts gespielt schon wieder einer das ging ganz schnell na gut wenn der noch eins haben will bin schon krank wer 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 level 47 gib mir da geht's okay es ist ja nur einer kein problem ist das oh voll daneben ehrlich will mich umkreisen wenn die auf mich zu rennen l l l l die praktikste habe ich ja gar nicht ausprobiert was das war jetzt ein sautfehler oder spielfehler es war zweimal auf dem bogen gegen das ja bei einem anderen part okay wieder level ab ja langsam geht's so her und das war ein fähigkeit ne okay die epische musik okay sagen wir dasselbe wie bei den bandinen okay der will will mich natürlich wieder testen die pfeife hätte es ja auch so wissen müssen es ist ja klar ja ihr verkriegt euch ihr habt euch zucker mords in euren häusern und ich habe alle fertig gemacht alleine naja wenn ihr meins kriegst ich kriegst auch als eins auf die ok der erste shooter ok kommen wir auf die geklappt ok ok das ist das ist das ist das ist ok komm hat er wieder mal geklappt ne die ich mal gezeigt habe muss ja ein bisschen üben ok komm dann klappt nichts ok 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 schwitz katzen praktisch er hat er tränen ist oft auf die füßen vermerke ich gerade außer wenn er von den von den rückenseiten packt dann ist so praktisch praktisch ok ich will die anderen auch noch kämpfen ja komm her ihr flaschen nader ihr seid alle flaschen für mich ok meine klassenkameran ja auch auf der gleichen kampfschule ihr pfeifen ok gerade sprung ok da geht ein bisschen verteidigung ah na gut wieder mal jetzt ja 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 okay das war's glaube ich einmal auf die Füße und einmal auf den dann in den Mangeran praktisch ja das ist eine gute Technik ne aber ein bisschen ja kämpfen wir weiter das sind alles Flaschen wie gesagt ähm drittstärkste Kämpfer ne die drittgrößte Flasche für Bruce Lee ja ja schau den doch an bam bam naja brauche ich nichts bam keine Chance die schlussende stolpern ne aber auch auf die Füße treten ne glaube ich sieht halt für mich so aus ja live up ha ich bin dazu vorge- dazu vorgekommen ja so merkt man wenn es wenn es ein bisschen ähm braucht halt ne ok zwei stärkste die zweitgrößte Flasche ok ah war ein bisschen davor vorhörig nur 10 ganz schwer merk ich ok zeilen wechseln das war's oder nicht aber außer jetzt viel abgezogen jetzt ein bisschen stärker ne aber nicht gut genug für Bruce Lee schau schau irgendwie gar nicht so aus aber was soll's oh keine Färb ok da sieht man den Unterschied jetzt guck da steck's ok der stärkste von euch an Flaschen ok was hast du drauf nichts gescheiß oder ah scheiße noch einmal hätte nein da nichts ah seilen du wechselst muss ja alles drücken das ist ein bisschen beschissen ah das hat nicht geklappt ok das oh das ist guter kommen das war kein gutes oh fast perfekt war das na gut das gibt dafür da muss ihr meister ihr gesicht lassen ne ok der sag ich soll mal rein er braucht auch eins auf die Glocke he er hat Hachi er hat sehr viel Verteidigung aber ist gar nicht so schlecht ah zeig dir gleich was ich kann ne jetzt meine Faust juckt schon ein bisschen ne du bist ja der letzte Meister von euch ein 7 natürlich kriegst du alles ab ok hier kommt er ja aber wie gesagt er hat's wie da hat er die Fehlverteidigung hat er ja verspreche ich mich nicht aber komm mal her oh seht ihr die die ich hab's ja mal gesagt die Tachetechnik ist am besten zu kommen gedacht ok komm mal ahja der letzte Treffer geht ja fast gar nichts der ist ja schon den den schleifen praktisch den Boden schon mit gut ich geklappt bam ah keine Chance mehr ey gleich stimme ich oder was oh ah gut Schluss ahja das war dann eben halt so das war mal halt der große Meister ne ich bin schon zu stark Leverb ja Leverb ach wieder wieder eine Niete das gibt's ja aber nicht nur ein bisschen mehr Kraft mehr nichts ahja plus 8 ist ja auch ganz schubi ok kriege die letzte Schriftrolle ja der sagt das auch der sagt's ja auch ne ok kann ich schon mal anwerben den Schaulinschrein das die ist ja auch kein das ich kann jetzt mal zum Schaulinschrank gehen, zu den anderen Typen, hinter der ähm, Theke oder was? Was es ist? Theke ist eigentlich Ressenz. Oder Schlafplatz, halt. Aha. Ja. Ich kann euch leider nicht besuchen, weil das Spiel dann zu Ende ist. Außer ich mache neue Spiele, dann besuche ich euch wieder. Hahaha. Okay. Okay, ich habe die Erlaubnis. Ich kann jetzt mal hingehen, ne? Okay, das sehen wir mal. Kann ich jetzt wo hingehen? Die letzte Station. Ah, sehr gute Musik. Okay, jetzt die Mauern. Schau, wie groß es ist. Ich mache mal eine Vogelperspektive. Ob so. Ah ja, geht schon, ne? Okay. Tun wir die... Spreng mal mit dem alten Knacker, wenn er da ist, ne? Äh, wo ist er denn? Oh, wo ist er denn? Ah, ich glaube, ich muss erst zu den einen anderen Knackern, ne? Da ist er, ne? Gibt es ja zwei. Da ist er ja. Aber ich habe den anderen Meister gemeint, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Aha. Ja, toll. Ja, ich habe mich erinnert, es beim letzten... Letztes Jahr habe ich es auch nicht gefunden, ne? Ich musste zweimal mit dem sprechen, ne? Zum Glück habe ich das gemacht. Das habe ich ewig hier oben gelaufen. Und jetzt schneiden müssen wir hier. Oh, schneiden, schneiden. Äh. Ja, okay. Okay, ich kämpfe gegen ihn, ne? Hoffentlich hält es einen alten Knackern hier aus. Okay. Er ist ja, glaube ich, ziemlich stark, ne? Äh, der sieht ganz schön wie aus. Naja, doch nicht so wie. Ah. Komm, ich bringe ihn hier. Aua. Ah, Mist. Komm, ich brauche es. Ah, dazu. Aua, guck mal. Ah, ja, hat nicht geklappt. Der letzte. Treffer. Ah, ja, da hat er zogen. Bamm. Das war's. Keine Chance, Alter. Knacker. Äh, ich hätte eigentlich auch perfekt schaffen können, wenn ich mich nicht so angestellt hätte, ne? Aber ich wollte halt mein Konrad, ne? Aber man sieht's halt, ne? Okay, live up. Ah. Das kann schon voraussehen. Ah, der Wenz. Ja, der unbesiegbar. Okay. Du bist jetzt mein Freund. Kann ich jetzt auch kämpfen. Gegen Geschade. Okay, ich kann hingehen. Schlafen und essen. Und sonst schaue ich mir Geld. Ich habe ja noch 4789. Brauche ich das Geld gar nicht mehr. Kann ich den Arm schenken? Kann ich aber nichts. Okay. Was wollt ihr? Ja, weiß ich auch, ne? Ja, klar will ich ihn sehen. So, in Cerebus, ne? Ja, weiß ich schon Bescheid, ne? Ja. Natürlich will ich die lernen. Alles. Rück alles her aus. Oh. Oh. Ja, was soll's? Prepare yourself. Oh, was? Okay, der Meister ist auf der anderen Seite von dieser Tür Okay, wir kämpfen jetzt gegen Mokushins Wie bei den alten Jackie Chan Filmen oder Tekken Spielen Los geht's Schaut euch das an Echtes 3D Welches Spiel hat es schon, ne? Der hat doch keine Chance geben, muss ich Oh Oh, aber schon mal perfekt, ähm, verpackt Okay, kann man rennen Jawohl Ey, schau, wie ich stehe denn, ich mach euch alle kratz Okay, keine Chance Keine Chance Ja Oh Ah, das tut rollen? Okay Ich mach euch allen kleinen, aus euch allen, mach ich kleinen Herz Schau euch das an Okay, die nächste Okay, die letzte höhörden Schau So Wir sind schon durch. Okay, muss mal drücken. Und jetzt tut mir auch noch natürlich weh. Ach so, perfekt kann man es gar nicht schaffen, ne? Weil sie ja mehr Schall macht. Ja, minimal. Aber ziemlich minimal. Okay, ich bin durch. Ich habe die Tätowierungen. Er habe nichts. Schaue meine Hand an. Ich bin geschützt. Das ist ein Beschiss. So, lef ab. Ja. Das ist kein Kunststück. Aber ich kriege viel mehr Lef ab. Okay, was kriege ich? Jawohl, noch einen. Der Wett. Ich bin, wo ich mich bei dir jetzt schon. Zwei sogar. Und kriege auch ein bisschen Leben zurück. Aber das ist eine Niete. Übelste Niete. Plus vier, plus. Keine plus acht. Okay, ist schon wieder besser. Okay. So, wo ist der Meister, ne? Von wegen von auf der anderen Seite ist der. Oh, da ist er doch. Okay, passt schon. Okay, jetzt wird es spannend. Keine plus. Okay, jetzt 50 groups. Stop ein. Ok, die springen sich erst mal aus Ja, man sieht schon, jetzt hängt alles von mir ab Von Busleada Könnt ihr ihn gleich beziehen Dauer nicht eure Techniken Aber Will ja stärker werden Aha Aha, oh Genau, ich darf nicht verdienen Bursäge tut ihr ja nie verdienen hier Ach, Royal Cut Ok, diesmal kämpf ich gegen 100 Leute, los gehts Los gehts Oh Ähm Das wäre die Tür gewesen, aber ich kann nicht durch Ach, vielleicht brauchst du wieder was, hm Ja, genau, ne Hast du das gemerkt, hm Hast du das gemerkt, hm Genau, das seht ihr es ja gerade Aber ich bin ihnen dazu gekommen Die Sohnschuhe wissen es schon Ja, klar kenne ich Okay, komm ich hin Das ist ein arschschwacher Gegner Der hat es ruhig mal ein bisschen schwerer machen können Bam Okay, das sieht er es ja Gleich drei maximal Schau, wie schwach die Schiffe sind Zwei Schläge höchstens Okay, muss ja ein bisschen aufpassen Das ist meine Stamina Aber eigentlich nichts Was? So viel zieht ihr mir ab? Ach, sie sind doch gar nicht so schwach, hm Aber dann Was machst du hier? Nur der war so schlauer abzuwenden Aha Wo du an Über Runterfliegst wieder Während des Fluges Das ist der Wahnsinn Okay Füße steigen wieder Okay Ja, ja Ich war schwäberabwärts, keine Sorge Was? Was? Du weigerst nicht So, keine Schocks mehr Schau, wie die... Jetzt geht's ab, er ja Ist ein Kotz Jetzt geht's hier, Flutti Ich komme ja gar nicht mal nach Wie der Rund wird springen Wie der Rund wird springen Ah, da ist er so... Aua Es geht's ab Ah, der Partner hat jetzt ein bisschen mehr aus Ach, der Partner hat jetzt ein bisschen mehr aus Was? 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 Die lassen mich ja... Hier durchfliegen, oder was? Ah gut Ah, hat nicht geklappt Bam Keine... Gleichgewicht Okay Okay Geht's hoch Oder fliegt's runter Mega Mega Gleichzeug ist hoch Den anderen sind nur... Aber sie ist... Praktisch Ah, das hat's einfach Aua Ah, die werden besser mit Aua Ha! Aber ich... Gegenseitigkeit, oder? Habe ich die Prüfung leichter hinter mir Okay, ist fast Ah, die haben meine... CB4 abgezogen, ne? Das ist beeindruckend Beeindruckend Okay, gib mir die Technik hin Ja, wahrscheinlich schon Ja, warum die mindestens 200 Leute Okay Erstmal jede Menge Level ab Haja Sehr gut Geht noch besser, ja? Fast Ja, ja Acht Oh, vier! Das ist viel Boah, das ist ja Wahnsinn Ah, schon lange nicht mehr So was gab's Bei einem Durchspielen sogar Vier Stück Oh Angeblich kann man sogar auf der Fans 6 kriegen, ne? Bei einem Left Up Und das ist ja eine Wiese Ich dachte, es ging schon weiter Los, wir weitermachen Gib mir die Techniken Geh mir die Techniken Geh mir die Techniken Was ist mir die Techniken Oh Ja, aber ich weiß nicht, ich bin der Beste Beiz, ziemlich beiz Okay Okay Er bin der Technik Wo ist ein Teilgabuch? Aha Ja Der sagt, wenn ich, ähm Zu den einen Hingehe Oh, Legendäre Jo, krass Level 66 Ja, wenn ich bei Hanau Bei Lotus Lotus Ähm Schrein komme Die letzte Station Da kann ich nicht mehr zurück Da Tue ich da nur kämpfen Dann kommen die ganzen Hanau Dann kommen die Leibwächter Und dann kommt Hanau Taos selbst Oh Der wird's 51 Das ist übel Kann ich was finden So Okay Okay Okay, der steht auch, ne? Voltaikick Heißt es nicht Schadenloser Kick? Ah ja Ähm Dann zurück nur Kick 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 Ist ja nicht so schwer Ähm Der Partizone Ähm Wollte halt noch sagen Ähm Die nächsten Parts Wird's nur Training sein Levent mich ab Auf Wenn der die Dürre und so weiter Verfolgt Dann beim nächsten Part bitte Also bei den Übernächsten Parts Weiter schauen Dann mach ich nur noch Training Okay? Gut Ciao